Ich habe nicht genug getan, mit den Menschen, ohne ihnen eine Geschäftsführung zu eröffnen, lediglich finanziell. Ich arbeite nicht mehr als Geld. Frau Dr. Merkel, wir haben große Anliegen für die Zukunft. Wir kommen mit Frau Dr. Merkel. Ich schwöre, dass sich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. So wahr mir Gott helfe. Ja, das ist super, sehr gut. Perfekt, super, es ist gut.